Ja, schönen guten Abend liebe Helipiloten. Nun melde ich mich mal wieder mit einem nur kurzen Video. Ich war ein bisschen bei Hobbyking unterwegs, habe mal auf die Webseite geguckt und habe gerade gesehen im UK-Warehouse den S-H-450 Bausatz, das ist der DFC für 38 Euro. Mensch, habe ich gedacht, hast du wieder mal Lust zu basteln. Für das Geld kannst du nicht viel falsch machen. Die Komponenten müsstest du eigentlich zu Hause haben, alles was man dazu braucht. Mal gucken, wie das in der Schachtel aussieht. Für Hobbyking extrem selten. Manual. Kleine kurze Bauanleitung. Aber das kommt wirklich selten vor, dass sowas bei Hobbyking mit bei ist. So sehr ich hier aufs Fliegen stehe, aber die Flugzeuge, die hier überweg fliegen, die machen ein Möbel. Gut. So, jetzt habe ich hier, eigentlich ist alles in dieser Box drin. Hier haben wir die Heckstreben. Das Heckrohr. Starre Antriebswelle ist drin. Anlenkgestänge. So, dann haben wir jetzt hier den Rotorkopf. Ich bin nämlich von Assault eigentlich ganz angetan. Ich hatte den Assault 700 Jahr schon. Habt ihr ja mal in anderen Videos gesehen. Und da bin ich eigentlich recht zufrieden mit. Jetzt habe ich hier den Rotorkopf. DFC Rotorkopf. Dann habe ich hier das Heck. Ebenfalls mit der DFC Anlenkung. So wie Elaine das auch hat. Mit dieser Scherenanlenkung. Also die Qualität von den Assault Helis ist wirklich nicht verkehrt. Darum habe ich mir gedacht, für 38 Euro mache ich da nichts falsch. Dann habe ich mal wieder ein bisschen was zu tun. Hier haben wir das Chassis. Das ist alles schon vormontiert. Bin ich jetzt zwar nicht unbedingt ein Fan von, würde ich die Schrauben sowieso wieder alle lösen müssen. Alles mit Lock-Tite sichern. Das sieht ganz ordentlich aus. Also was wirklich störend ist, dass jetzt das Heck-Servo hier nur für die größeren Servos, die eigentlich für 500er Modelle sind, ausgelegt ist. Ich habe mir jetzt so ein Adapterstück bestellt, weil ich kein Servo für die 500er Klasse habe. Aber das sieht alles ganz sauber und ordentlich aus. Wie gesagt, dran decken. 38 Euro. So. Dann haben wir in dieser Box hier noch Kleinigkeiten drin. Ersatzschrauben, Ersatzkugelfangen, Blatthalter, Kabelbinder und Klettband. Das einteilige Kunststoff-Landegestell, wie wir schon vom Align Pro von der Pro-Serie kennen. Die Haube ist vom Design ganz hübsch. Ist allerdings nur Plastik. Ist nur Kunststoff, dünn ist Kunststoff. Also keine Glas-GfK-Haube, wie wir das kennen von der Line. Aber trotz alledem. Und das Hauptzahnrad, was hier gerade verzahnt ist. Was ich aber als allererstes Mal schräg verzahnt werde. Dafür habe ich wie gesagt hier das schräg verzahnte Hauptzahnrad von der Line. Dann habe ich noch ein Ritzel, schräg verzahnt. Dann nehme ich als Heck-Servo DS425M. Als Taumbillscheiben-Servos habe ich, das muss ich mal selber gucken, DS430M. Ich glaube, das sind die aktuellen jetzt gerade. Also noch 430er. Mal gucken. Naja, müsste 430 sein, genau. Dann als Regler 35 Ampere. WL35P. Der 450MX-Motor. Für 3S. Saru-Hörner. Und als Flyball-System kommt er für mich nichts anderes in Frage. Jetzt das neue Microbees Plus. So neu ist es auch nicht mehr. Habe ich aber noch nie an einem Heli dran gehabt. Das ist das erste Mal jetzt das Plus. Sonst immer die anderen, die alten. Die alten Versionen gehabt, die V3. Ja, und weil das eben die ganze Sache so günstig war für 38 Euro, habe ich mir natürlich auch gleich nochmal einen zweiten Satz mitbestellt gehabt. Als Crash-Kit. Weil ich kenne mich ja. Wenn ihr meine Videos kennt, wisst ihr ja, ich muss ja obligatorisch alle Vierteljahr irgendeinen in die Erde bomben. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich melde mich dann mit dem Baubericht wieder, wenn ich die Mechanik fertig habe. Und hoffe, es hat euch gefallen. Und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis dann.